Sei gegrüßt. Heute möchte ich dir meinen neuen Online-Kurs vorstellen, die Acht Dimensionen deiner Stimme und auf ein paar praktische Fragen eingehen, die mit diesem Kurs vielleicht verbunden sein mögen, wenn du dich dafür interessierst. Die Acht Dimensionen deiner Stimme habe ich in einem anderen Video erklärt, was hier unter diesem Video verlinkt ist. Da kannst du gerne mal schauen, wie ich das inhaltlich erkläre. Und ja, das sind dann auch die Module des Online-Kurses zusätzlich einer Einführung und einer Ausklang-Session, wo wir uns auch davon wieder befreien, von diesem Schubladendenken, was aber manchmal hilfreich sein kann, um einige Aspekte und Polaritäten näher zu beleuchten, zu benennen und auch am eigenen Körper zu erfahren. Und Erfahrung ist das Wichtigste, um wirklich Erkenntnisse zu sammeln. Deswegen wird dieser Online-Kurs sehr praxisorientiert sein. Das sind keine vorher gedrehten Videos, sondern welche, die ich mit dir live erlebbar mache, indem wir wirklich live gehen damit. Und es wird so sein, dass ich am Anfang einer Session von diesen zehn Terminen, die ich dann in einem Durchgang anbiete, eine Art Impulsreferat halte zu der Dimension deiner Stimme, die an diesem Tag Hauptfokus und Thema sein wird. Und dann gehe ich in die Erläuterung von praktischen Stimmübungen dazu, die einen Bezug haben zu dieser Thematik. Und danach gibt es einen Fragen-Antwort-Teil, wo wir uns einfach frei austauschen können über das, was vielleicht noch offen geblieben ist und auch über die Erfahrungen, die du dann gemacht haben wirst. Was natürlich hochspannend ist, weil jeder von uns eine individuelle Biografie mitbringt und eine ganz andere Vorbildung auch in Sachen gesanglicher, musikalischer und stimmlicher Bildung. Und das fließt dann alles mit ein und wir können uns so gegenseitig auch bereichern. Und damit meine ich uns alle, ja, denn ich werde dabei auch lernen, auch für mich ist das eine Herausforderung, nicht nur mein ganzes Wissen auf diese Weise weiterzugeben und nicht im 1 zu 1 Kontakt, im Einzelcoaching oder in der Gruppenarbeit, in Seminaren und Retreats, sondern eben tatsächlich dann auch zu einer größeren Menge Menschen sprechend. Und der Vorteil davon ist aber, dass es für dich super günstig ist, wenn du ganz viele Informationen bekommst, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe und die mir wichtig erscheinen, auch weiterzugeben, die dich unterstützen werden, das volle Potenzial deiner Stimme zu verwirklichen. Und das ist eben auch die wichtige Voraussetzung, dass du die Absicht dafür hast. Denn dann wird dir der Kurs richtig viel bringen und ja, ich unterstütze dich gerne dabei und alle Informationen findest du unter diesem Video. Ich freue mich auf dich und deine Stimme. Alles Gute. Ich freue mich auf dich. 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 Vielen Dank.